Hallo, ich bin Dr. Franz. Wir operieren vor dem Kreuzbender nach unserer sogenannten Dribbeltechnik. Das heißt, erstens, wir versuchen so viel wie möglich vom gewissen Stumpf zu erhalten. Das sind ganz wichtige Nervenfasern drin, die uns ein Gefühl für das Knie geben. Zweitens, wir nehmen eine körpereigene Sehne, die wir in den Knochen einpflanzen und dadurch eine Stabilität auf lange Frist erreichen. Und drittens, wir setzen dieses Kunststoffband ein, das sogenannte Internal Brace. Das hat eine Reißfestigkeit von 200 Kilo und ermöglicht uns eine ganz schnelle Reha-Behandlung zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020